Der Prophet, alaihi salatu samad, hat gesagt, sabran ala yasir, fa inne mauida kumul jenna. Habt Geduld, Familie von Yasir, denn ihr Mann war Yasir, denn euer Treffpunkt wird das Paradies sein. Euer Treffpunkt wird das Paradies sein. Und wir wissen, das Paradies ist die beste Welt, das ist das Ziel. Das Ziel für den Gläubigen ist nicht das Diesseits, sondern das Jenseits. Und aus der jenseitigen Perspektive ist es auch, wenn du getötet wirst für den Glauben, solange du standhaft bist und auf der richtigen Akita bist und auf dem richtigen Menech bist, ist der Tod ein Sieg. Weil der Tod bedeutet für dich, dass du Märtyrer bist. Und der Märtyrer, der hat eine besondere Stellung im Paradies. Und der hat eine besondere Stellung im Jenseits, weil er von Sakratul Maut befreit wird. Und dass er von der Strafe des Grabes befreit wird, von der Probe, die Probe des Grabes. Versteht ihr? Das nur dazu. Das war also der normale Märtyrer. Dann gibt es jemanden, der Märtyrer ist und nachdem er getötet wurde von seinem Volk, passiert was? Vernichtet Allah das Volk. Erstmal, Entschuldigung, was haben wir hier wieder für einen Menschen? Wir haben einen Menschen, Sumeya, der glaubt, der gute Werke tut und der am Ende standhaft ist bei der Probe. Standhaft bei der Probe. Wieder diese drei Eigenschaften, die wir direkt sehen. Du'ah sehen wir jetzt nicht, aber das war bestimmt auch dabei gewesen. Da'ah sehen wir jetzt auch nicht auf den ersten Blick, aber das war bestimmt auch bei ihr vorhanden gewesen. Aber diese Eigenschaften wie vorher auch. Jetzt geht's weiter. Geschichte von jemandem, der getötet wird, Schahid wird, für den Glauben stirbt und danach vernichtet Gott das Volk, das ihn getötet hat. Es war bei Sumeya nicht unmittelbar der Fall. Abu Jahl ist nachher vernichtet worden, aber hier kam jetzt die Strafe, Dreck von Allah durch eine Naturkratusrufe, dass Allah durch einen Schrei die Leute vernichtet hat. Wo haben wir diese Geschichte? In Zürtel Yassin. In Zürtel Yassin sagt, Es steht, Ja, also erst mal bis dahin. Da kam also Allah, hat zu einem Volk zwei Gesandte geschickt. Und die haben, die der Lüge bezichtigen, hat er noch einen dritten mitgeschickt. Du kannst dir vorstellen, drei Gesandte auf einmal. Manche, Mufessirun sagen, das wären, das wären, und da möchte ich direkt auf einen gehen, erzählen, dass diese Gesandten, das war auch der erste Tafsir, den ich gelesen habe, dass diese Gesandten Jünger gewesen sind. Jünger von Eissa, die geschickt wurden. Weil das einige von den Selef gesagt haben, das waren Jünger, die nach Antarkia gegangen sind. Dieser Tafsir ist aber nicht, wahrscheinlich nicht korrekt. Sondern Tafsir erstmal, sondern wahrscheinlich ist der andere Tafsir korrekt, dass wirklich drei Gesandte von Allah geschickt wurden. Erstens, weil wir nehmen immer eine Sache wörtlich, wörtlich auf dem, was als erstes in den Sinn kommt, bis wir einen inneren oder einen äußeren Beweis finden, dass es anders war. Und hier haben wir erstmal das Wort Mursalun. Und Mursalun, darunter versteht man im ersten Augenblick, versteht man darunter Gesandte von Allah direkt. Allah, das Wort wir haben geschickt. Also Allah sagt, wir haben die geschickt. Ansonsten, normalerweise versteht man zum Beispiel Gesandte von Eissa oder Gesandte vom Gesandten Allahs. Zum Beispiel Mu'af ibn Jebel war ein Gesandter, Rasul, Rasul. Ein Gesandter vom Gesandten. Rasul, Rasul. Das versteht man erstmal so. So jetzt, die gehen zu dem Volk und die rufen die zum Islam. Die rufen die zum Glauben auf. Was sagen die? Was sagen jetzt das Volk? Die haben erstmal gesagt, ihr seid Lügner. Ihr seid Menschen wie wir. Dann sagen die, Inna tatayyarnabikum. Wala illam tentahu lanarjumannakum. Wala yamassannakum minna a'dabun alim. Ja, und wenn ihr nicht aufhört. Wir sehen euch ein übles Vorzeichen. Und wenn ihr nicht aufhört, dann werden wir euch wahrlich steinigen und ihr werdet wahrlich von uns eine schmerzhafte Strafe bekommen. Was sagen jetzt die Gesandten? Ka'lu ta'irkum ma'kum ma'invikirtu ma'antum kaum musrifun. Ja, die sagen zu denen, das Üble Zeichen ist mit euch. Ihr seid ermahnt worden und ihr seid ein ausschweifendes Volk. Ausschweifen. Wo ist das Ausschweifen? Du musst dir vorstellen, was das für Musjirmun sind. Nur weil die zum Islam gerufen werden, wird denen schon mit dem Tod gedroht. Und guckt euch mal heute die Welt an. Ihr seht, ihr seht, dass sich das wiederholt. Es wird immer erzählt, ja, Friede, Freude, Eierkuchen. Verstehst du? Aber Tatsache ist, dass die Feindschaft immer größer wird. Die Feindschaft wird immer größer. Deswegen müssen wir auf der Hut sein. Wir fangen niemals an mit der Gewalt, ja. Aber wir müssen auch auf der Hut sein und dürfen nicht so naiv sein und denken, es ist alles Friede vor der Eierkuchen. Allah sagt das im Koran. Ein Volk, was vernichtet wurde. وَمَا نَقَمُ مِنُمْ إِلَّا أَيُبْ مِنُوا بِلَى الْعَزِيزِ الْحَمِدِ Sie haben bei ihnen nur gehasst, dass sie an Allah, den Allmächtigen, den Lobenswerten geglaubt haben. Was haben sie gehasst? Die genau dasselbe. Die rufen die nur zu Allah, die sagen, wenn ihr nicht aufhört, wir steinigen euch und ihr kriegt eine herrschmerzhafte Strafe. Und jetzt? Wer wird alles vermixt? Es werden Vorwände gesucht. Ja? Es gibt heute verschiedene Institutionen, die beobachten. Deswegen kann man nicht mehr so leicht verfahren. Man kann nicht so einfach hingehen und den Muslim einfach wegsperren. Weil es gibt immer nur Opposition. Politik ist wie ein Geschäft geworden. Ja, wenn die Rechten was machen, dann machen die Linken Aufstand und so weiter. Ja? Und deswegen, das sehen wir auch in der Geschichte wieder, wie hier in Deutschland. Guck mal, Hitler, ja, der hatte 1928 2,8 Prozent oder so. Ja? Fünf Jahre später ist er Reichspräsident, Reichskanzler geworden. Und plötzlich haben sich alle geoutet. Plötzlich kamen sie alle mit der Hakenkreuzflagge. Jetzt konnten sie sich outen. Und dann, was hat er erstmal gemacht? Er hat erstmal die Opposition beseitigt. Bevor er die Juden beseitigt hat, hat er erstmal die Opposition, die Kommunisten beseitigt. Das war sein erstes Ziel beim Reichstagsbrand 1933, den die Nazis sich eventuell selber gelegt haben. Das ist also ziemlich wahrscheinlich. Oder zumindest, wenn sie ihn nicht selber gelegt haben, dann haben sie ihn zumindest genutzt, um ihn, den Kommunisten in die Schuhe zu schieben. Oder haben damit durch ihn die Kommunisten gehetzt und haben die Opposition erstmal beseitigt, um dann nachher weiter ihre Macht auszubauen. Und dann, am Endeffekt, konnten sie die Leute abschlachten, wie sie vorhin, weil die waren ja berechtigt gewesen. Ja, meinst du damals, wenn du jemanden gefragt hast, der im KZ Auschwitz gearbeitet hat, und hat dort Kinder, Frauen in den Ofen reingesteckt? Juden, Kommunisten, Zigeuner, das ganze Programm, Zeugen Jehovas. Weil es sind ja nicht nur Juden getötet worden. Meinst du, der hätte gedacht, wenn er die Kinder da verbrennt, er ist im Unrecht? Niemals, er wird gar nicht mehr im Recht. Das sind sowieso Drecke, Säcke. Verstehst du? So werden die Leute geimpft. So werden die Leute geimpft, wenn das damals funktioniert hat. Warum soll das heute nicht mehr funktionieren? Und dann hören wir immer von Leuten, guck mal, das wollen sie nicht gerne hören, wenn wir über diese Hetze reden in den Medien und über die Hetze in den Internetseiten. Dann sagen sie, die wollen das doch wohl nicht mit dem Nazireich vergleichen. Nee? Nee? Wollen wir nicht? Da machen sie mal die Augen auf. Es ist eine Frechheit zu behaupten, dass man das nicht vergleichen kann. Sogar Antisemitismusforscher von der TU Berlin wie Wolfgang Benz sagen, das ist vergleichbar. Natürlich nicht das Endstadium. Wir sehen auch, dass die KZs noch nicht offen sind. Wir reden vom ersten Stadium. Hitler hatte sogar am Anfang weniger Stimmen gehabt, wird gesagt, weil seine Politik, seine Propaganda zu antisemitisch war. Josef Goebbels, der ist am Anfang kritisiert worden, weil sie gesagt haben, er ist zu antisemitisch. Aber dann haben sie sich ein bisschen versteckt, ein bisschen getarnt. Mit der Zeit haben sie langsam, langsam die Leute vergiftet. Was haben sie gehasst? Die waren anders. Und heute, wir sind anders. Und hier kommt noch dazu die Probe. Und hier kommt noch dazu, wir sehen es in der Geschichte. Deswegen müssen wir die Geschichte lesen. Sie haben nur gehasst, dass sie an Allah, den Allmächtigen, den Lobniswerten geglaubt haben. Jetzt geht es weiter. Das heißt, die haben gesagt, wir steinigen euch. Dann sagen sie, wir gehen jetzt zurück zu der Geschichte mit diesen Gesandten. Was passiert jetzt? Da kommt ein Mann vom Ende der Stadt herangelaufen. Was ist das jetzt? Das ist ein Mann. Das ist kein Gesandter. Allah sagt, das ist ein Mann, normaler Mann. Was war das? Ein Gläubiger. Der kommt vom Ende der Stadt. Hier sagen die Tafsir-Gelehrten. Ende der Stadt, das waren die Stellen, wo die Leute gelebt haben, die nicht so reich gewesen waren. Und er kommt vom Ende der Stadt herangeeilt. Überleg mal. Vorher die Gesandten haben gesagt, wir haben nur die Pflicht, die Botschaft zu verkünden. Jetzt kommen sie, haben die Botschaft verkündet. Was passiert jetzt? Obwohl sie es verkündet haben und ihnen der Mord angedroht wird, kommt ein Mann vom Ende der Stadt. Die Gesandten haben doch ihre Botschaft schon verrichtet. Er kommt und sagt, Oh mein Volk, folgt den Gesandten. Also der ruft die trotzdem nochmal auf, obwohl den Gesandten schon gedroht wurde. Wenn ihr nicht aufhört, wir töten euch. Aber dieser Mann, den konnte das nicht stoppen. Der wollte diese Botschaft trotzdem nochmal bestätigen. Etabiu man lai es elukum ajrabu muhtadun. Folgt denen, die von euch keinen Lohn verlangen. Und sie sind rechtgeleitet. Warum betont er diese zwei Sachen? Warum betont er diese zwei Sachen? Erstens, es kann sein, dass jemand keinen Lohn verlangt, aber trotzdem nicht rechtgeleitet ist. Das heißt, das ist nicht unbedingt das Wichtigste, dass er rechtgeleitet ist. Dann eine Eigenschaft ist, dass er keinen Lohn davon nimmt. Für seinen Aufruf. Jetzt könnte jemand sagen, wie ist das heute mit Büchern und so weiter und so fort. Hier sagen wir, es ist etwas anderes. Weil die Bücher müssen gedruckt werden. Und derjenige, der heute leben will, der muss auch irgendwie seinen Unterhalt verdienen. Der muss irgendwie klarkommen. Der andere wird vielleicht kommen, was ist mit Spenden für Dawa? Sagen wir, Spenden für Dawa ist nicht für den Daya. Und selbst wenn, so wird das finanziert, damit er leben kann, damit er sich 100% am Tag auf die Dawa konzentriert. Aber die Spenden sind für Dawa-Materialien, werden die benutzt. Um eine Moschee zu mieten. Um beispielsweise Flyer zu drucken, DVDs zu drucken und so weiter. Das heißt, es könnte vielleicht jemand sein, der diese Sache falsch versteht. Auf jeden Fall. Er kommt. Und jetzt kommt er mit Argumenten. Guck mal, jetzt kommt er mit Tauhid. Warum soll ich nicht denjenigen dienen, der mich erschaffen hat und zu ihm werdet ihr zurückkehren? Welcher Tauhid ist das, der mich erschaffen hat? Das ist Tauhid al-Rububiyah. Das heißt, der Beweis mit Tauhid al-Rububiyah auf Tauhid al-Rububiyah. Tauhid al-Rububiyah, die Einzige Gottes in seiner Herrschaft. Dass er der Schöpfer, Lenkerherrscher ist. Und er ruft damit auf zu Uluhiyah, zur Anbetung. Das heißt, wenn Allah dein Schöpfer ist und wenn Allah derjenige ist, der mit dir abrechnet, dann musst du ihn alleine anbeten. Was passiert jetzt? Jetzt sagt er, Dann sagt er, Wenn der Al-Abarmer, soll ich mir die also nehmen, neben ihn zum Schutzherr nehmen? Soll ich mir etwa seiner statt Götter nehmen? Wenn der Al-Abarmer für mich unheil will, nützt mir ihre Fürsprache nichts. Was ist das wie Tauhid al-Rububiyah? Wenn Allah dich bestimmen kann, wenn Allah derjenige ist, der alles für dich bestimmt, dann folge ihm. Deine Leute, deine vier, diese angeblichen Götter nützen mir nichts. Und zu wem sagen wir das heute? Das sagen wir heute zu denjenigen, die arbeiten gehen, die haram ist. Der arbeitet, eine Arbeit, die haram ist, oder die Arbeit ohne Kopftuch an einer Arbeit, und die sagt, ja, wenn ich kein Kopftuch trage, dann kriege ich ja keine Arbeit. Ich sage zu dir, Schwester, wenn Allah will, dann verlierst du jetzt in diesem Moment die Arbeit, und selbst wenn du dich nackt ausziehen würdest, verlierst du die Arbeit. Und wenn Allah will, dass du jetzt stirbst, wirst du jetzt zu ihm gerucht gebracht. Das sind die Eigenschaften der Gläubigen, womit er aufruft. Warum soll ich nicht denjenigen dienen, der mich erschaffen hat, und zu ihm werde ich zurückkehren? Er sagt hier, warum soll ich mir Götter neben ihm nehmen, wenn er Schaden für mich will, können sie keine Fürsprache für mich leisten, und sie können mich nicht retten. Guck mal, dieser Vers, wir lesen diese Verse so, wenn wir den Koran lesen, aber wenn wir darüber nachdenken, du musst das auf die jetzige Zeit anwenden. Heute, wenn du irgendwas machst, irgendwas gegen den Schöpfer, weil die Schöpfung damit zufrieden ist, können die dir helfen, können die Fürsprache einlernen, wenn er dir schaden will, wenn er will, dass du kein Geld mehr hast, wenn er will, dass du krank bist, wofür gehst du arbeiten? Damit du Essen hast, damit du Trinken hast, damit du den Arzt bezahlen kannst. Wenn Allah will, dass du krank bist, bist du morgen krank. Bist du morgen ein Krüppel. Und dann kannst du so viel Geld verdienen, wie du willst. Ach, der reichste Mann der Welt, der wird blind, der will alle Ärzte der Welt holen, die können ihm nicht helfen. Irgendein reicher Mann der Welt, der hat einen Unfall, wird querschnittsgelähmt, der will alle Ärzte der Welt holen, die können ihm nicht helfen. Wenn Allah will, dass dein Herz stehen bleibt, dann kannst du sogar in der Intensivstation liegen, du wirst nicht mehr wach. Das ist der Punkt. Was passiert dann? Was passiert dann? Er bestätigt das nochmal. Dann wäre ich wahrlich auf einem deutlichen Irrweg. Und das sagen wir heute zu denen, die mit Haram ihr Geld verdienen. Da bist du im Irrweg. Dann sagt er zu denen, ich glaube an euren Gott, an euren Schöpfer, Lenker, Herrscher, so hört auf mich. Warum sagt er zu eurem Gott, die glauben doch gar nicht richtig an den Gott. Es gibt verschiedene Tafes hier. Einer davon ist es, er will damit bestätigen, dass dieser Gott euer Gott ist. Auch wenn ihr andere anbetet, der hat euch erschaffen, der lenkt euch und der versorgt euch. Und deswegen müsst ihr ihn allein auch anbeten. Denn ihr müsst eins wissen, der Tauhid Rububiya, der Glaube, dass es einen Schöpfer, Lenker, Herrscher gibt, den gibt es fast überall. Und den gab es so gut wie in jeder Religion. Das Problem war, dass sie ihn nicht alleine angebetet haben. Zum Beispiel die Mekaner, die haben an Allah geglaubt. Die haben an Allah geglaubt. Allah bestätigt das im Koran, zum Beispiel in Zuge 10, Vers 31, wenn ich mich recht erinnere. Da sagt er beispielsweise, da sagt er, Sprich, wer versorgt euch von Himmel und Erde? Und wer hat Macht über Gehör und Gesicht? Und wer bringt das Tod aus dem Lebendigen und das Lebendige aus dem Toten hervor? Was haben die gesagt? Allah haben die gesagt. Und dann soll er sagen, wollt ihr da nicht gottesfürchtig sein? Das müsste nochmal, Suche 10, Vers 31. Ja, genau. Das ist Suche 10, Vers 31, genau. Hier steht das zum Beispiel. Das heißt, die Mekaner, wenn man sie gefragt hat, wer versorgt dich, wer hat dich erschaffen, wer? Die sagen, Allah. Aber sie haben andere neben Allah angebetet. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Auf jeden Fall, was ist passiert? Er hat also Dauer gemacht. Richtige Dauer, erstens, er hat geglaubt. Zweitens, er hat sich bemüht und war gehorsam. Er ist sogar vom anderen Ende der Stadt herangeheilt gekommen. Drittens, er hat Dauer gemacht. Und viertens, er ist standhaft geblieben, obwohl die ihm eigentlich Angst eingejagt haben, weil sie haben ja vor den Leuten schon gedroht, dass sie sich steinigen werden. Was ist dann passiert? Dann haben sie ihn getötet. Auf der Stelle haben sie ihn getötet. Und dann, was ist passiert? Kila dochulil jenna. Dann wurde zu ihm gesagt, trete in den Paradiesgaden ein. War das eine Niederlage, dass er getötet wurde? Nein. War das eine Niederlage, dass er Risiko eingegangen ist für den Glauben? Nein. War das eine Niederlage, dass er vom einen Ende der Stadt herangeeilt kam, um die Gesandten zu unterstützen, die keine Unterstützung mehr brauchen, weil die ihre Botschaft schon überbracht haben? Nein. Aber trotzdem hat er alles riskiert und ist getötet worden. Und was kam nach dem Niederschlag? Der Sieg. Kila dochulil jenna. Treten im Paradies. Und was sagt er dann? O wehe, mein Volk, wenn sie doch nur wüssten, wenn sie doch nur wüssten, dass mein Herr mir vergeben hat und mich zu den Geerrten gemacht hat. Dann sagt Allah, وَمَا أَنْسَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنْ بَعَدِهِ مِنْ جُنْدِي مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّ مُنْسِلِينَ Dann sagt er, danach haben wir keine Soldaten mehr zum Himmel herabgeschickt und wir mussten die auch nicht schicken. Singemäß. إِنْ كَانَتْ إِلَّا سَيْحَتَوْ وَاحِدَةً فَإِذَا أُمْ خَامِدُونَ Es war nur ein einziger Schrei und sie waren alle ausgelöscht. Das heißt, wir haben in all diesen Geschichten diesen Punkt. Nächste Art von Sieg. Wir haben einmal Scheherda gehabt, wie bei Sumayya, dann Scheherda, das Volk wurde nachher von Allah ausradiert und jetzt haben wir eine Scheherda, also Scheherda, das heißt, wo jemand stirbt, für Allah stirbt, auf den ersten Blick eine Niederlage und jetzt haben wir einen Märtyrer, wo durch seinen Tod danach alle Menschen geglaubt haben. Das ist die Geschichte vom Zauberer und von dem Jungen. Dieser Junge hat Karamat gehabt. Der hat die Menschen geheilt mit der Erlaubnis Allahs. Und dadurch haben die Menschen an seinen Gott geglaubt, weil er immer gesagt hat, ich habe dich nicht geheilt, sondern Gott hat durch mich geheilt. Und dieser König, der konnte das nicht vertragen. Wieder dieselbe Geschichte. Und das steht auch im Koran. Das ist die Geschichte in Surten-Burush. Sie haben nur bei ihm gehasst, dass sie an Allah, den Allmächtigen, den Lobenswerten geglaubt haben. Das haben sie an ihn gehasst. Was passiert? Er wollte diesen Jungen töten. Weil er Angst hatte um seine Macht. Weil er Angst hatte, andere werden verehrt. Oder was auch immer. Jedenfalls wollte er ihn töten und er hat ihn auf einen Berg hochgeschickt. Mit Soldaten, die sollten ihn vom Berg runterschmeißen. Man fragt sich, warum hat er ihn nicht direkt auf der Stelle getötet? Man sagt, er wollte, dass er den Berg hochgeführt wird. Weil wenn er den Berg hochgeführt wird, das war die Idee halt. Und Allah hat das so gewollt, dass es so passiert. Damit er immer weiter, wenn man hochgeht, man kriegt mehr Angst. Und dass er dann sagt, ich will nicht vom Berg runtergeschmissen werden. Ist okay. Ich mache sozusagen Taube zum König. Ich gebe die Botschaft auf. Aber bei ihm war das nicht so. Was hat er gemacht? Er hat ein Dua gemacht. Allahumma kfini bimashid. Wallah, genüge mir ihm gegenüber, mit was du willst. Und die Soldaten sind dann den Berg runtergefallen. Und er kam wieder zurück. Warum kam er zurück? Warum ist er nicht geflüchtet? Der wollte nicht flüchten. Der wollte die Botschaft verbreiten. Guck mal, Subhanallah. Er wollte die Botschaft verbreiten. Er kam zurück. Und dann was passiert? Er hat ihn aufs Meer geschickt. Und er wollte auch, dass der König Islam annimmt. Er hat ihn aufs Meer geschickt. Mit Soldaten, die sollten ins Wasser schmeißen. Auf dem Boot sagt er wieder, Allahumma kfini bimashid. Oh Allah, genüge mir ihm gegenüber, mit was du willst. Und Allah hat ihn gehört. Und die Dua beantwortet. Und was passiert? Die sind vom Schiff runtergefallen. Er trunken. Er kam zurück zum König. Und in der Zwischenzeit hat sich das rumgesprochen. Das hat sich vorher schon rumgesprochen. Da ist ein Junge, der hat Karamat. Der hat Wunder. Der heilt mit der Erlaubnis Allahs. Die Leute sind zu ihm gegangen. Der kriegt immer mehr Macht. Jetzt spricht sich auf einmal rum. Oh, guck mal. Der ist auf den Berg geführt worden. Die sind vom Berg runtergefallen. Der ist aufs Meer gegangen. Die sind runtergefallen. Der König schafft es nicht, diesen Jungen zu töten. Und er macht Karamat. Die Leute machen sich immer mehr Gedanken. Jetzt sagt er zu dem König, ich gebe dir einen Tipp, wie du mich töten kannst. Sammel alle Leute. Sammel alle Leute. Und dann sagst du, spangst den Bogen. Wenn du den Boden spannst, sagst du, Bismillahirrabbi hadil Ghulam. Im Namen Allahs, des Gottes von diesem Jungen. Und er macht das. Und die Leute hören das, kriegen das mit. Dieses normale Fußvolk. Und die, die gekommen sind, hören das. Und er schießt den Pfeil. Und der Junge stirbt. Man denkt jetzt, warum hat Allah das bei diesem frommen Menschen zugelassen, dass er stirbt? Warum? Weil der Tod von ihm gar keine Niederlage ist. Der Tod bedeutet ihm Paradies. Diejenigen, die Glauben gute Werke tun. Die werden Paradiesgarten erben, unter denen Bäche fließen. Und dort ewig bleiben. Dies ist der große Erfolg. Und was ist danach passiert? Die haben das gehört. Und dann haben sie alle den Glauben an ihn bestätigt. Und dann hat er sie nacheinander ins Feuer reingeschmissen. Und in das Feuer verbrannt. Dass sogar ein Baby in den Wiegen gesprochen hat. Und hat gesagt, als die Mutter vom Glauben sozusagen abfallen wollte, um nicht in das Feuer geschmissen zu werden, sagt das Baby, und das ist auch eines vom Wundern, Mutti, habe Geduld. Ist mit reingeschmissen worden. War das eine Niederlage? Auf den ersten Blick Niederlage. Auf den ersten Blick Niederlage. Aber eigentlich ein Sieg. Allah sagt dazu, Dies ist der große Erfolg. Nicht nur Thalik al-Faus, Dies ist der Erfolg. Thalik al-Faus lukabir. Dies ist der große Erfolg. Denn was gibt es besser als das Paradies? Brüder und Schwestern. Das Paradies. Die Rettung vor der Hölle. Allah subhanahu wa ta'ala. Was sagt er über das Paradies? Inni adattu li ibadis salahina ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la akhata ala qalbi basha. Ich habe für meine Rechtschaft ein Diener vorbereitet, was kein Auge gesehen, was kein Ohr gehört, noch was im Herzenswunsch eines Menschen vorstellbar war. Beleg dir das. Und vor der Hölle gerettet. Und deswegen, Brüder, müssen wir uns diese Geschichten zum Vorbild nehmen. Müssen wir diese Geschichten verstehen. Denn seht ihr das? Wenn wir diese Geschichten verstehen, dann wissen wir, dass wir als Gläubige unverwundbar sind. Unverwundbar. 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 Ja, genau. Was gibt es Schlimmeres, als verbrannt zu werden? Was gibt es Schlimmeres, als verbrannt zu werden? Und das ist für den Gläubigen, der als Gläubiger stirbt, ein großer Erfolg, wenn er dabei bleibt. Und deswegen, Brüder und Schwestern, wir sehen in all diesen Geschichten, meine Lieber Brüder, wir sehen in all diesen Geschichten diese Eigenschaft. Die hatten Iman, die hatten gute Taten. Das sind die Eigenschaften, die man nicht jetzt in jeder Geschichte speziell sieht, aber das sind die Eigenschaften, die wir allgemein sehen. Die haben Iman, gute Taten, Dauer, Standhaftigkeit, nach dem Niederschlag und die bitten Allah um Hilfe. Diese fünf Eigenschaften siehst du in jeder Geschichte. So gut wie in jeder Geschichte. Vielleicht bleibt in der einen oder anderen Geschichte zum Beispiel die Dauer sieht man nicht direkt offensichtlich, wie zum Beispiel bei Talud und Goliath und Dawud. Man sieht nicht die Dauer offensichtlich sofort, aber die war bestimmt auch vorhanden. Aber hier, Iman, gute Werke, Dauer, die Wahrheit gegenseitig ans Herz bilden und Standhaftigkeit nach dem Niederschlag. Und das sagt der Prophet, a.s.w. a.s.w. a.s.addu nasi balahan al-anbiya Fummel amfel, föl amfel, okamakol. Das heißt, die Menschen mit der größten Probe, das heißt, die am meisten Proben erfahren, sind die Propheten. Dann, die ihnen am nächsten sind, die ihnen am nächsten sind. Das heißt, umso besser du bist, umso mehr Proben kriegst. Und möge Allah uns zu den Besten machen, aber möge uns die Proben bestehen lassen. Amen. Jetzt überleg mal. Wir haben Angst davor. Ja, weil der Mensch hat trotzdem, hat trotzdem, will lieber ohne Probe bleiben. Aber ich will euch das erzählen, damit wir standhaft bleiben. Und jetzt, in welcher Zuge wird das zusammengefasst, dieser Weg zum Sieg? Wal-Asr. Innal Insana lafi khussa. Beim Nachmittag, bei der Zeit, Allah schwört bei der Zeit, wahrlich der Mensch ist im Verlust. Illa ladhina amenu. Außer die, die glauben. Wa'amilu salihati. Gute Werke tun. Wa tawassu bil haqs. Sich gegenseitig die Wahnsinnsherz binden. Sich gegenseitig zur Wahrheit ermahmen. Was ist das? Die Da'wa. Wa tawassu bil sabr. Und sich gegenseitig zur Standhaftigkeit ermahmen. Das ist Standhaftsinn bei dem Schaden, der passiert. Deswegen sagt jemand dem Scherf hierzu, لَوْمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى خَلْكِ هُجَّةٍ إِلَّا هَذِي سُورَ لَكَفَتُمْ Hätte Allah auf seine Schöpfung keine andere Suche gesetzt, außer die, die hätte gereicht. Als Hujjah. Und an einer anderen Stelle sagt Allah, لَيَنْصُرَنَّ اللَّهُمْ لَيَنْصُرْهُ إِنَّ اللَّهَ لَا قَوِيَ نَزِيسَ wahrlich, Allah ist stark und allmächtig. Dann sagt er, wer sind diejenigen, denen Allah hilft? أَلَّذِينَ إِمَّا كَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا السَّلَا und das Gute gebieten das Schlechte verwehren. Was ist das? Wieder die Dauer, das Gute gebieten das Schlechte verwehren. Und die endgültige Angelegenheit der Sachen abliegt Allah. Das ist es. Und deswegen, Brüder und Schwestern, müssen wir hierhin zurückkehren. Wir müssen zurück zu unserer Religion kehren, indem wir erstmal den Iman verinnerlichen. Was ist der Iman? Der richtige Iman. Deswegen fange du heute an, deinen Iman freizumachen von Dingen, die mit dem Iman nichts zu tun haben, die falsch sind. Zum Beispiel zu sagen, Allah ist weder in der Welt noch außerhalb der Welt, nicht noch verbunden, noch getrennt von der Welt. Oder mit Dingen, ja, es gibt zwölf Imame, die sind fehlerfrei und hin und her. Das sind alles Dinge, Imanteile, die falsch sind. Oder dass jemand erzählt, ja, nach dem Prophet kam noch ein anderer Prophet. Der ist Mirza, Riyaza, Mirza oder was weiß ich. Ja? Und Allah sagt im Koran, مَكَنَا مُحَمَّدٌ عَبَاءَ حَدِمُ رَجَلِكُمْ وَلَيْكَنَا رَسُولَ اللَّهُ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ Das heißt, dass Mohammed, der Siegel der Propheten ist, der letzte Prophet. Das heißt, wir müssen die Religion lernen, Iman, die Religion lernen, damit wir die richtige Akide haben. Das ist der erste Schritt zum Sieg, der richtige Iman. Dann die Amel-u-Sali-hat. Was denn Amel-u-Sali-hat? Erstens für Allah und zweitens nach der Botschaft des Propheten a.s. Und was ist das? Dass wir nur die Taten so verrichten, wie er es gemacht hat. Deswegen sagt, Aisha radiallahu anhu, wenn Amel-u-Sali-hat leysa le-i-amru-na-fuhu-rat, wer eine Tat vorrichtet, für die es von uns keinen Beweis gibt, so wird sie abgelehnt. Deswegen müssen wir gucken, sind unsere Taten stimmen die überein mit dem, was der Prophet uns gesagt hat, mit Koran und Sunnah oder sagen wir, ja, mein Vater hat gemacht und ich mache so nach dem Gebet und der Nächste macht so und der Nächste sprüht, hu, 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 hu. Ich habe es gesehen jetzt in Mekka, im Zelt, eine Gruppe von Leuten, die haben da einen Radau gemacht, Leute, man will sich ausruhen, man soll bedächtigt sein, Ruhe finden, über Allah nachdenken, über diesen großen Tag denken, dann denkst du, bis auf ein Konzert. Dann denkst du, bis auf ein Konzert. Hau, hu, 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 hu. Denkst du, bis beim Indianerhäub oder so gelandet. Ja, achi, tut mir leid, guck mal, die Leute sind vielleicht sauer dann, achi, aber wir haben Recht auf die sauer zu sein. Ich sage, zu demjenigen, der das macht, hat der Prophet a.s. das gemacht. Wenn er das nicht gemacht hat, hat er dir etwas nicht gezeigt, was sich näher zu Allah bringt. Ah, das ist eine gute Bidda, denn der Prophet hat doch Zikr gesagt. Ja, der Prophet hat Zikr gesagt, genau. Der Prophet hat Zikr gesagt. Zikr. Aber wie hat der Zikr gemacht? Er hat so Zikr gemacht. Manche sagen, man kann eine Tespikette nehmen zur Hilfe. Aber haben die sich alle zusammen aufgestellt in der Moschee? Hau, hu, 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 hu. Haben die das gemacht? Nein. Ich mache das nicht nach, um mich lustig zu machen, sondern ich mache das nach, um das zu imitieren, damit du genau weißt, was ich meine. Ich mache das nicht nach, um mich lustig zu machen, sondern ich mache das nach, damit du weißt, was ich meine. Hat er das gemacht? Na gut, kann das schlecht sein, wenn du es lässt? Nein. Lass es doch. Lass es doch. Dein Schiech oder der Prophet Al-Israeli Tussam. Kann dein Schiech Fehler machen? Natürlich kann er Fehler machen. Ja, aber ich könnte eher Fehler machen. Okay. Aber hat der Prophet Al-Israeli Tussam das gemacht? Ja, ich habe nicht so viel wissen, wenn ich nicht. Dann frag deinen Schiech, wo der Hadith steht, dass der Prophet Al-Israeli Tussam es so gemacht hat. Und wenn er dir den nicht bringen kann, dann lass es. Nächste Sache, die Dauer, dass wir zum Gut, das Gute gebieten, das Schlechte verwehren. Das ist die Eigenschaft der Gläubigen. Allah sagt im Koran, Ihr seid die beste Gemeinschaft, die unter den Menschen hervorkam, denn ihr gebiet das Gute und verbietet das Verwerfliche. Und ihr glaubt an Allah. Allah erwähnt in diesem Vers zunächst, das Gute gebieten und das Schlechte verwehren, die Dauer, und danach den Glauben an Allah. Und das zeigt dir, wie eng der Glaube an Allah mit dem Guten gebieten und dem Schlechten verwehren verbunden ist. Dann die Geduld. Und wenn du die guten Taten machst, und wenn du den richtigen Iman hast, und die Dauer praktizierst, du musst wissen, Allah wird dich auf die Probe stellen. Denn Allah sagt im Koran, Glauben die Menschen, dass sie in der Ruhe gelassen werden, nur weil sie sagen, wir glauben an Allah, wir glauben, und sie werden nicht auf die Probe gestellt werden. Doch, sie werden auf die Probe gestellt werden. Und wie schon gesagt, die Probe ist am härtesten bei dem, der am besten praktiziert. Und dann mache Dua für den Sieg. Sag, oh Allah, helfe uns. Oh Allah, lasse mich das Wort verteidigen. Und der Prophet, a.s.w., der erwähnt diesen Weg zur Rückkehr des Islams auch in einem Hadith. Was sagt er in dem Hadith? Er sagt in dem Hadith, Der sagt, wenn ihr zufrieden seid, wenn ihr Taten von, oder Ina, das ist eine Art von Riba, eine Riba-Transaktion, das heißt, wo Zinsen involviert sind, und wenn ihr die an den Schwänzen der Kühe festhaltet, das heißt, Agrikultur, ihr seid nur Bauern, ja, seid zufrieden damit, und zufrieden seid mit dem Pflanzen von Pflanzen, das heißt also, das heißt nicht, dass es jetzt verboten ist, ja, dass es jetzt verboten ist, ja, mit, mit, mit beispielsweise, mit Landwirtschaft zu beschäftigen, nein, nicht, dass man das falsch versteht, aber dass man damit zufrieden ist, ja, es geht nur um Wirtschaften, heute gibt es einige, einige muslimische, muslimische Vertreter, oder muslimische Gruppen, die meinen, ja, wir Muslime, um nach vorne zu kommen, wir müssen die Wirtschaft verstärken, und die konzentrieren sich hauptsächlich darauf, guck mal Brüder, der Hadith ist sehr wichtig, die konzentrieren sich hauptsächlich darauf, der Prophet sagt, und er verlasst den Jihad, Allah wird Erniedrigung auf euch, Arab senden, bis ihr zu eurer Religion zurückkehrt, bis ihr zu eurer Religion zurückkehrt, jetzt, einige Gruppen, die immer nur für Jihad Werbung machen, die meinen, mit zur Religion zurückkehren, ist Jihad gemeint, wir sagen, Allah sagt im Koran, wa'iddu lahumas tata'atu min ku'a, das heißt, die Bedingung von Jihad ist, etwas dafür vorzubereiten, etwas vorzubereiten, erst mal, und zweitens, in einem Hadith, wenn in einem Satz praktisch, zwei verschiedene Begriffe genannt werden, dann bedeutet der eine Begriff nicht das andere, das ist eine Regel, zum Beispiel, wenn ich Iman, wenn ich nur von Iman rede, ohne Islam zu nennen, dann meine ich mit Iman, den ganzen Islam, auch die Taten, okay, wie Beten, Fasten, gehört dann auch zu Iman, aber wenn ich sage, Islam und Iman, in einem Satz, oder in einem Kontext, da meine ich mit dem Islam, die äußeren Taten, und mit Iman meine ich, die Glaubensartikel, die glauben an Allah, der glauben an die Engel, der glauben an die Bücher, so, genauso hier, wenn ich von der Religion rede, und Jihad in einem Kontext habe, dann ist mit Religion, etwas anderes als Jihad gemeint, sondern zur Religion zurückkehren ist was, was ist die Religion, was ist die Religion, die Religion ist, dass wir zurückkehren zu dem, wo der Prophet, a.s.w. gewesen ist, zu dem Männchen, denn der Prophet, a.s.w. hat gesagt, diese Ummah wird schon 73, und spalten alle in der Hölle, außer einer. Was wird gefragt, wer ist diese Gruppe? Er sagt, die auf dem basieren, wie ich und meine Gefährten. Deswegen müssen wir, der Weg zum Sieg, ist der Iman, ist die gute Tat, ist die Dauer, und ist die Geduld auf diesem Weg, wie in Sotul Asa, wie auch der andere Vers, den ich erwähnt habe, wo Allah sagt, dass er denen hilft, die das Gebet verrichten, und die Zakir entrichten, die guten Taten machen. Wie gesagt, in all diesen Geschichten haben wir das gesehen, der Iman, die guten Taten, der Saber, die Dauer, und so weiter. Und genau das ist, wo wir zurückkehren müssen. Aber welcher Iman, der richtige Iman, die Akhida, die nicht verworren ist mit falschen Glaubensartikeln, mit falschen Glaubenslehren, zu den Taten, die nicht verworren sind, die nicht vermischt sind mit Bidda. Deswegen, wo du dem Islam hilfst, ist, indem du dazu zurückkehrst, indem du dich selber verbesserst, indem du selber die Religion lernst und lernst, lernst und lernst. Das ist etwas, womit du dir hilfst und womit du anderen hilfst und womit du der ganzen Oma hilfst. Denn wenn deine Akhida richtig ist und deine Taten richtig sind und du dazu aufrufst und du rufst alle dazu auf, dann werden wir inshallah zurückkehren und der Islam wird siegen. Das ist meine Botschaft von heute. Jazakumullahu khairan. Subhanakarum. Wabihamdik. Asshar. Wallah ilah ilah ilah. Ashtafir.